Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit eingeschaltet habt. Heute haben wir tatsächlich schon das 500. Video auf dem Kanal. Und da haben wir gleich die Gelegenheit genutzt, mal den Betrüger mal wieder so richtig schön an der Nase herumzuführen. Die nette Lady, die wir hier heute im Gespräch haben, die über zwei Stunden bei uns in der Leitung war, haben wir ganz zum Schluss mit der netten Sprachkugel verwirrt. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und jede Menge Aufklärung, wo ihr in Zukunft kein Geld einzahlen werdet, mit diesem neuen Megatelefonat. Und sie haben dort hier registriert und geklickt, deshalb rufen wir an. So, das ist... Was? Kein Gott verstanden. So, ich rufen Sie an auf eine Registrierung auf unserer Plattform. Ja, Sie haben registriert oder klickt auf unserer Plattform Handelsplattform, Automatisierte Plattform, SwissPro. Merken Sie das? Was? Sie haben registriert oder klickt auf unserer Plattform Handelsplattform, SwissPro. Sie merken das? Wie ich merke das? So, dass Sie die Registrierung haben auf unserer Handelsplattform, Automatisierte, SwissPro. Haben Sie sich schon mal selbst zugehört? Entschuldigung. Ja, haben Sie sich schon mal selbst zugehört? So, nein. Das ist überall Information. Und... Ah, ja. Das ist... Wie können Sie ein passives Einkommen haben und Ihr Account, Ihr Konto aktivieren? Was denn für ein Account? Was denn für ein Konto? Äh, so. Sie haben Ihr Account, ja, auf unsere... Sie haben geklickt oder registriert auf unserer Plattform. Und wir rufen unser System, rufen Sie automatisch. Ja? Äh, so. Warum automatisch? Deshalb, Sie auf unserer Plattform automatisch ein passives Einkommen können haben. Verstehen Sie? Nein. So, wir sind ein online Handelsplattform. Äh, Ihr Name, ja, mein Name ist SwissPro. Ja? Ihr Name ist SwissPro, aha. Ja, ja, ja. Das ist ein Plattform, Automatisierte Plattform. Ja? Warum Automatisierte? Das heißt, dass wenn Sie etwas hier depositieren, ja? Oder haben Sie diesen Account auf unserer Plattform, haben Sie die Prozenten von diesem Deposit, von jedem Deposit, das Sie für unsere Plattform haben. Und Sie müssen nicht kaufen, Sie müssen nicht etwas erholen. Sie können Geld haben oder machen, automatisierte. Nur prüfen Ihre Account auf unserer Plattform und das System macht alles für Sie. Selbstständig. Verstehen Sie? Können Sie da mal einen Satz draus machen? Es ist schon der absolute Wahnsinn. Es wäre schon tatsächlich mal sehr hilfreich, wenn die da wirklich mal einen ganzen Satz draus machen würde. Denn das Gestammeln und das Geblubber, was sie da so von sich gibt, ich meine, die kann ja nicht mal ihren eigenen Namen so richtig sagen. Anstatt ihren Namen setzt sie da Swiss Pro ein. Also, hä? Wer versteht denn das noch? Das Schlimme ist, das geht das ganze Gespräch so. Ah ja, hört selbst. Was ist die Lüge? Ob Sie da mal einen Satz draus machen können. Äh, da mal dieses Wort kann ich nicht verstehen. Ja. Ja, Sie sollen da mal einen Satz draus machen, so dass man das versteht. Äh, ausmachen? Welche ausmachen können Sie? Welche Prozent? Nein, Sie sollen einen Satz draus machen, so dass man das versteht. Äh, so. Daraus machen können Sie das, äh, zum Beispiel, wenn Sie auf diese, ja, Plattform gehen, ich kann die Information senden, dass Sie alles sehen können, ja? Ja, dass Ihre, Ihre Account sehen, ja? Dass, äh, wie funktioniert das, welche Service ich habe, ja? Ich kann jetzt das, was Sie senden, ja? Äh, mit der SMS oder mit der E-Mail, dass Sie alles sehen, ja? Ja, ja? Und, äh, danach, Sie, diese Account sehen, ja? Ja, können Sie auch depositieren machen, ja? Wenn Sie wollen, wenn Sie wollen. Und, äh, zum Beispiel, haben Sie 50 Euro, ja? Oder 100 Euro depositieren, und unser System, äh, überall, äh, gibt für Sie auch, ja? Ja, 100 Euro, 150 Euro, ja? Zusammen, dann, ja, dann haben Sie diese Möglichkeit, mit diesem Sommer, ja, mit diesem Geld, dieses System automatisch trainieren. Verstehen Sie, ja? Nicht so wirklich. Was? Gibt es da andere Leute, die das trainieren? Äh, Entschuldigung, können Sie ein bisschen lauter sprechen, das heißt... Ja, wenn Sie ein bisschen deutlicher sprechen könnten. Ja, so, noch einmal. Sie verstanden, äh, was Sie erklärte? Nee. Okay, noch einmal. Äh, was für eine Plattform haben Sie, ja? Haben wir, Entschuldigung, wer, ja? Äh, das ist, ja? Das, ich rufe Sie an, ja? Ja, ich rufe Sie an, auf der Plattformen, Handelsplattformen, automatisierte Plattformen, SwissPro, ja? Warum rufe Sie an? Deshalb, Sie haben eine, eine automatisierte Registrierung, oder klickt, ja, unsere Plattformen, und deshalb rufe Sie an. Welche Profit können Sie von uns haben? Verstehen Sie, ja? Welche Profit? Warum müssen Sie mal ein Satz draus machen? Draus machen Sie, können Sie, jetzt, ja, können Sie, äh, das machen, wenn Sie wollen. Ich sende Ihnen Link, ja, dieser Link, und Sie, äh, können dieses System automatisch, ja, automatisch, äh, machen. Sie lösen, Sie lösen, Sie lösen kein Geld, ja, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie mag das nicht, zum Beispiel, wenn Sie, äh, nach, äh, einige Zeit, Sie, äh, mögen diese Plattform nicht, Sie können Ihre Geld zurückhaben. Verstehen Sie? Nee. Ja? Nee. Äh, und was ist, äh, so, was ist schwer, was verstehen Sie nicht? Na, alles, was Sie so sagen, weil das, äh, ergibt ja gar keinen Sinn. Äh, so, Sie, Sie, äh, meinen, Sie haben Erfahrung in, äh, Online-Trading, in Online-Handel, in Handels. In Online-Handel, ja, in Handels auch, und im Trading, na. Sehr gut, sehr gut, so. Äh, Sie, äh, verstehen, wie, äh, zum Beispiel, Forex, äh, funktioniert, ja, wie diese Plattformen funktionieren? Nee. Aber Sie haben eine Erfahrung in Handels, ja? Ja. Online-Handels, oder, äh, Online. Ja. Online oder online, ja. Ja, so, Sie kaufen etwas, ja, oder was, was machen Sie? Ja, ja, genau. Ja, ja, Sie kaufen, ja? So, die Besonderheit, ja, auf unserer Seite ist, dass Sie müssen, äh, nichts kaufen, ja, Sie müssen nichts kaufen. Sie haben alles gratis, Fabi. Was? Ich finde, das ist alles gratis. Ja, das ist automatisch, ja, das, äh, das, äh, Geld, das Geld macht, ja, dieses System, unser System Geld macht, ja, auf Ihre Einkommen, ja, auf Ihre Depositen. Zum Beispiel, ja, äh, zum Beispiel, äh, depositieren Sie 100 Euro, ja, oder 50 Euro, ja, oder 50 Euro. Sie hat dieses System, äh, seht, äh, alle Indexe, seht, alle Geld, ja, von, äh, verschiedener Lande, von Kursen, ja, von verschiedenen Kursen, ja? Und, und, ja, und, ja, und Trade Online, und, äh, Trade Online, äh, so, hat das, äh, dieses Geld, ja, von diesem Online Trading, so, äh, so automatisch. So, wir haben diese Person, ja, oder Menschen, das alle Indexe und alle Profit, ja, äh, sehen und können, ja, äh, Profit haben, ja, bringen. Was kann man denn da bestellen? Was? Was kann man denn da alles bestellen? Ja, alles, alles ist, äh, alles ist, äh, alles ist, äh, können Sie, äh, bestehen und alles können Sie sehen, ja, auf diese Account sehen, also, das ist sicher. Deshalb können Sie, äh, sicher, ja, sein, dass Ihre, Ihr Geld, äh, nicht verlassen, ja, sind. Sie haben Ihre Konto und Sie können, äh, mit, äh, das Konto, äh, machen, was Sie wollen, so, ja? Und, äh, danach, äh, auf unserer Seite können Sie auch damals, zum Beispiel, 100 Euro, äh, und, äh, im Sommer, Sie haben, äh, äh, dieses Geld, ja, im Sommer, auf, auch ab zu 200 Euro. Verschuldigen Sie, ja? Was? Verstehen Sie, verstehen Sie, verstehen Sie jetzt, ja? Nee. Äh, so, dieses System ist, äh, automatisch, so, Sie müssen nicht sehen, Sie müssen, Sie müssen nicht, ja, so, diese kontrollieren, ja? Wir haben einen Manager, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben unsere, äh, äh, Manager, ja, Person, dass, äh, ihr, ihr Geld, ja, Profit machen. So, zum Beispiel haben Sie Bank, ja, zum Beispiel geben Sie Geld zur Bank, ja? Sie, äh, bezahlen, ja, für dieses Geld für Sie, äh, holen, ja? Okay, wir, äh, zum Beispiel, ja, wie Bank funktioniert, ja? Wir sind, ein Beispiel, der Bank, ja, aber besser, wir, äh, geben, wir, wir nehmen nicht, äh, wir nehmen nicht, äh, wir nehmen nicht Prozenten für das. Verstehen Sie? Warum da die Leute? Was? Warum da die Leute platzieren? Das war klar, oder nie? Na, warum die Leute da klatschen im Hintergrund? Äh, so, zum Beispiel, zum Beispiel, äh, so, haben Sie... Also, das ist jetzt tatsächlich der absolute Wahnsinn. Da läuft jetzt Happy Birthday im Hintergrund und die Leute klatschen. Also, normalerweise klatschen die ja eigentlich nur dann, wenn die irgendwie Erfolg hatten, um jemanden zu bescheißen. Aber das jetzt da im Hintergrund? Also, der absolute Kracher. Da läuft wirklich Happy Birthday Musik im Hintergrund. Und, naja, mal davon abgesehen, dieses Sprachschnitzel, was wir hier an der Leitung haben. Also, man kann der netten Tante ja wirklich jede Frage stellen und sie bekommt davon keine beantwortet. Sobald man irgendwas fragt, erzählt sie einfach irgendwas anderes. Aber nie das, was man nachgefragt hat. Es ist schon eine absolute, ja, Meisterleistung, wirklich absolut jede Frage nicht zu beantworten. Tja, das Einzige, was sie hier dem Anschein nach versteht, ist Ja und Nein. Alles andere, da ist sie komplett mit überfordert. Ja, und zur absoluten Krönung haben wir da jetzt tatsächlich Happy Birthday Musik im Hintergrund. Tja, also das könnte auf jeden Fall mal bedeuten, dass die da wirklich geklatscht haben, dass jemand Geburtstag hat. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Also, da kommt jetzt jemand rein und dann klatschen. Also, hä? Äh, wirklich? Ne. Also, entweder umgehen die das nur mit der Happy Birthday Musik da im Hintergrund, damit der Kunde am Telefon glaubt, dass das wegen dem Geburtstag ist, das Geklatsche. Aber ich weiß es nicht. Und für so intelligent halte ich die jetzt eigentlich auch nicht. Tja, es ist schon der absolute Wahnsinn. Vor allem überhaupt dieser Krach da im Hintergrund. Und da sitzen die jeden Tag und den gefühlt ganzen Tag? Oh mein Gott. Naja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich war ein bisschen abgelenkt von dem Geklatsche. Warum klatschen denn da die Leute? Ah, das ist, das ist, das ist, das ist für unsere, die Partner, für unsere, so, äh, Schaff, ja. Ein von unserer Kollegen hat, äh, eine Geburtstag, ja, ein Geburtstag, ja, ein Geburtstag, deshalb, so, muss ich, muss ich, äh, einmal, ja, mit ihnen sprechen und, äh, ja, alles ist, äh, so. So, hören Sie alles, was geht, ja, hier. Deshalb die Leute klatschen, ja, wir haben, äh, Geburtstag von einem Kollegen von uns. Ja, ja, Entschuldigung, 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 so, äh, jetzt verstehen Sie, ja, wie funktioniert das? Ich hab's gehört, ich war abgelenkt von dem Geklatsche, jetzt müssen wir nochmal anfangen. Entschuldigung. So, Sie verstehen, wie funktioniert eine, eine Bank, ja? Sie verstehen das, ja. Ja, und unsere System, und unsere System ist besser, ja, dass Sie, äh, zahlen keine Prozenten von dieses, von diesem Geld, das Sie auf Konto haben. Verstehen Sie? Gibt's da auch Joghurt? Ja, zum Beispiel, zum Beispiel, äh, Sie haben, äh, ja, Geld, äh, depositieren, zum Beispiel, ja, eine Soma, äh, von Geld, ja, auf unserer Account. Und, diese, äh, diese, äh, Geld, äh, Sie nicht lösen, ja, Sie nicht lösen, ja, Sie haben auf Ihrer Konto, äh, Sie können Prozenten haben, ja, aber das, äh, verschmutzigt, so, das löst Sie nicht, ja? Ja, dieses System, äh, beginnt, die, äh, diese, äh, Profit machen, automatisch, automatisch. Sie prüfen Ihre Account, und wenn Sie, und wenn Sie nicht mögen, und wenn Sie nicht dieses, äh, System, ja, mögen, oder, äh, müssen Sie, äh, Geld, ja, heraus tragen, ja, herausmachen, ja, zurückmachen, können Sie jederzeit das machen. Ja, das zurückmachen, ja, so, ja, 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 wenn Sie, äh, wenn Sie, äh, wenn Sie, äh, mögen, unser System nicht, ja, oder was, etwas, äh, geht nie so gut, ja, oder, äh, haben Sie noch nicht so, äh, viel Prozent, wie Sie wollen, ja, Ja, in dieser, in dieser Situation können Sie Ihre Geld abzuholen. Aperol Spritz. Was, Entschuldigung? Aperol Spritz. Äh, ich verstehe nicht, was wollen Sie sagen? Ja, ja, brauche ich gleich. So, gleich? Nee, was denn? Äh, so, Sie, äh, fragen über die verschiedene Einkommen, das Sie können, ich habe. Oder was, ich verstehe nicht. Ja. So, ja, das ist, ähm, zum Beispiel, äh, können Sie Einkommen, ja, äh, verschiedene Prozenten von, äh, Ihren Deposit haben, das, äh, kann ab zu 70 Prozent, ja, für jedes, äh, Einkommen, äh, und, äh, ab zu 70 Prozent, äh, das hängt an, äh, die, äh, Sommer, ja, an die, äh, äh, Interessant, ja, ja, äh, ihre, äh, ja, Geld, das Sie auf dem Konto haben, ja, und, äh, das hängt an die Indexen oder an die Situation, ja, äh, in der, auf dem Markt, das wir haben, ja, aber, äh, lösen Sie die, die Geld nicht, ja, äh, die Prozenten, die können verschieden sein, ja, ja, nur die Prozenten. Ja, aber die Geld holen Sie auf Ihres Konto, ja, auf unser System. Verstehen Sie, ja? Nee. Was? Haben Sie ja noch nicht erklärt. Äh, was haben wir nicht? Na, wie das geht? Das geht über die Prozenten, die Sie auf Ihren Depositen, ja, können, ja, auf unserer Plattform und auf unserer, äh, Plattform. Verstehen Sie? Dass Sie holen dieses Geld, ja, wir holen dieses Geld, aber wir, äh, so, wir, äh, machen nicht Prozenten, ja, wir nehmen nichts von, äh, von innen Geld, ja? Nee. Sie haben dieses Geld, wir holen dieses Geld, aber ein Profit, das wir haben, ja, äh, ein Profit, das unser System hat, ist 5,5 Prozent, ja, für, äh, eine Einkomme oder für eine, äh, so, Profit, ja, das Sie auf Ihren Konto haben. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel, ja, wenn, äh, Sie haben Depositieren, ja, und, äh, wir haben auf unserem System, äh, Profit gehabt, ja, wir, äh, haben nur 5 Prozent für, äh, ein, äh, guter Einkommen, ja, für eine, äh, Einkauf oder etwas, ja, auf dem System. Aber Sie haben ab zu 70 Prozent, ja, ab zu 50 Prozent. Und Sie lösen nicht, äh, die Geld, verstehen Sie, ja? Nee. So, das ist, das ist besser, äh, ja, das, äh, das, äh, die Bank, äh, hat, äh, die Bank, äh, gibt, die Bank, äh, nimmt von Ihnen die Prozenten, und wir nehmen nicht, äh, wir nehmen nicht, äh, die Prozent, ja? Ja, wir holten Ihre Sommer, und wir haben Profit, ja, und wir tradieren mit Ihrem Geld, ja, und deshalb, ja, wir, äh, haben die Person, wir haben die, äh, Menschen, das, äh, ihre Konto kontrollieren, ja, und die Profit von, äh, die Sommer, das Sie, äh, gehabt haben, ja, äh, haben, ja, machen, Sie, äh, Sie machen Geld, äh, auf, äh, diese Prozenten, ja? Ja, ja, 50 Prozent, äh, für unsere Zeit, und Sie haben, und Sie haben, ja, schönen Bar, ja, Sie haben 50 oder 70 Prozent von Ihrem Konto, ja, und wir tradieren, unsere System- und Management-Personen tradieren mit Ihrem Konto, haben die Trading, verstehen Sie, wie Online-Market? Aha. Verstehen Sie? Nee. So, welche Fragen, auch die nicht verstehen, welche Themen? Na, wie viel Taster kann man denn da mit dem Laster verdienen? Äh, mit was verdienen? Na, wie viel da so auf dem Taster-Laster passt? Wie viel, ja, wie viel, äh, das, äh, ab die Situation, ja, ab die, äh, auf die Market, ja, aber, aber, sie können da, ja, das, äh, das, äh, das, äh, auf die Sommer, ja, das, äh, das, äh, das, äh, ja, im Sommer, ja, im Sommer, ja, im Sommer, ja, jedes Mal, haben Sie ab zu 40, 50 Prozent, ja? Ja, aber, äh, äh, das ist nicht so total, dass Sie können, äh, äh, ja, sammeln, ja, im Sommer, ja, im Sommer, ja? nicht so sicher, ja, nehmen, deshalb die Markt, die Markt, ja, Tax-Selt, ja, und so weiter. Aber sie haben die Prozenten und sie holen die Geld, ja, sie lösen nicht Geld. Sie haben die Prozenten, ja, den Monat, ab zu 40, 50 Prozenten von ihrer Deposite. Ja. Versuchen wir, versuchen wir, dass sie alles sehen, ja. Ja. Okay, okay, so, vielleicht, sind sie bereit, heute Depositieren zu beginnen, ja, zu beginnen, und wenn sie dieses System, ja, während ein Monat nicht mögen, ja, geben wir, geben wir ihr Geld zurück. Können wir das machen, ja, jetzt, wie Sie? Was meinen Sie? Ich sende Ihnen einen Link, ja, Sie gehen in Ihre Account, Sie sehen alles, ja, dann rufe ich Sie an, ein bisschen später, ja, und wenn Sie alles mögen, sende ich Ihnen einen Link, ja, zu depositieren. Sie tradieren. Was? Also wollen Sie auflegen. Wo ist das? Ich kann... Das kann ich verhindern. Aber ich kann nicht, kann ich bei SMS senden, für Sie bei SMS. Ob Sie auflegen wollen, weil die sind ja so arterisch, so, so arterisch. Aktivieren? Nee, also, wegen, weil Sie wirken so ein bisschen, als hätten Sie so, so mal an so einen Berliner gelutscht. Be, äh, so, Sie, Sie meinen die Bank, dass Sie, wie Sie können Sie das bezahlen, ja? Nee. Und was meinen Sie? Na, ob Sie auf der Baumschule waren. Ah, der Baum? Baum, ja. Für das Unfallschule. Das... Auf der Unfallschule. Konto. Ja, was macht man damit? Wie geht denn das? So, wie haben Sie dieses Geld, ja? Was denn? Ja, wir haben... Wo Sie es nicht haben? Zurück, Sie können dieses Geld zurückhaben, ja, während einem Monat. Wenn Sie unser System, ja, nichts mögen, zum Beispiel, zum Beispiel, wenn Sie keine Prozente haben, ja, wenn Sie, äh, etwas geht, äh, schlecht, ja, Sie können uns rufen, Sie können uns, äh, äh, uns, ja, schreiben, äh, und, äh, ja, eine Person, Sie haben, dass, äh, Sie ruft an, ja? Und, äh, und, äh, diese Probleme hat, so, diese Probleme gelöst, verstehen, ja, also, wir haben, äh, verschiedene Managements, äh, mit diesen Problemen steht, ja, ja? Ja, macht Ihnen das Spaß? Ähm, Ihnen? Ja. Ja, mit uns? Ja, arbeiten, also, ja, wirklich, wirklich, das macht Spaß. Ja, das ist interessant, das ist gute Erfahrung. Mhm. Aber, aber, sie, aber, sie sparen auch kein, kein Zeit, ja, verstehen Sie? Sie sparen, sie sparen, sie sparen kein Zeit, sie müssen nicht kaufen, ja, und sie müssen, sie müssen nur prüfen, ihr Account prüfen, ja, und ihre Konten sehen, das ist alles. Ja. Ja, und, wie viel Geld kann man da verdienen? Entschuldigung. Wie viel Geld kann man denn da verdienen? Ähm, so, zum Beispiel, zum Beispiel kann ich diese Information für Sie, ja, bei SMS senden oder bei E-Mail senden, wenn Sie wollen, jetzt. Ja, aber wie viel Geld kann man denn da verdienen? Die Liste, werde ich, äh, können Sie deutlicher sagen, die Liste wird. Wie viel Geld man da verdienen kann? Man, diese, äh, Link muss ich schreiben, oder was? Nee, wie viel Geld man da verdienen kann? Inhalt. Ja. Wo können Sie Inhalt sehen? Nee, den Geld verdienen. So, äh, und Sie können das machen, auf dieser Plattform, ja, Sie Geld verdienen. Okay, und wie geht das? Wie das? Wie man das macht? Äh, man das kann depositieren, ja, Zeug depositieren, dann, dieses System macht alles für sich. In dieser, in dieser, in dieser Welle können Sie, äh, die Geld verdienen. Automatisch, so, automatisch, dieses System, nach der Depositierung, dieses System beginnt, trainieren, ja, beginnt diese Prozesse. Und, äh, äh, und, äh, während, äh, ein Monat, ja, oder zwei Monate, ja, oder zwei Monate, beginnen Sie, auf Ihrer Konto, ja, auf Ihrer Konto, ja, auf Ihrer Konto, ja, auf unserer Seite, auf Ihrer Konto. Und, äh, und, äh, das selbe, ja, ja, auf Ihrer Konto, ja, auf Ihrer Konto, ja, auf Ihrer Konto. Nicht nur, äh, jetzt, ja, aber noch ein Monat, ein, zwei Monate, das, äh, etwas, Sie, Sie haben etwas, ja, Geld auf Ihrer Konto. Also, das, das, das benutzt Zeit, ein bisschen. Ja, wie viel denn? So, kann ich die Information für Sie senden? Na, ich dachte, Sie wollen mir noch was erklären. Was erklären? Was muss ich auch erklären? Na, wie das alles funktioniert und was ich da machen muss. Welche Punkte? Was muss ich denn da machen? Also, jetzt, äh, müssen Sie einen Link, ja, für, wenn Sie wollen, ja, für diese Account, ja, auf, äh, und, äh, für die Depositierung auch haben. Wenn Sie jetzt die Möglichkeit, äh, haben, ja, ich kann alles, was Sie senden, jetzt senden. Alle Linke, ja, für die Bezahlung, alle Informationen für Ihren Account, alle. Ich kann jetzt auf Ihre SMS sehen, äh, senden, ja, oder auf Ihre E-Mail senden. Ja, aber ich dachte, wir machen das zusammen. Ja, 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 ich, ich mache mit Ihnen zusammen, jetzt, ja. Ja. Ich kann das mit Ihnen machen, aber, äh, zuerst, äh, müssen Sie, äh, sagen, ja, wie können Sie bezahlen? Mit Wire, ja, mit der Bank, oder mit was, ja, oder mit der Karte, wie ist, äh, bequem für Sie? Kann man das nicht mit Bargeld bezahlen? Was? Bargeld? Bargeld? Ja. Äh, nein, nur die, äh, zum Beispiel, äh, für Sie, wenn Sie die, mit der Bank zahlen, ja, äh, müssen Sie eine Summa, äh, für die 100, 100 Euro bezahlen, ja. Ja, wenn Sie die Karte benutzen, äh, müssen Sie eine Summa von, äh, 50 Euro bezahlen, ja, wie Sie besitieren. So, das hängt an Ihnen. So, was ist mir, was ist, was ist bequem für Sie? Also kostet das 50 Euro, oder wie? 50 Euro, ja, und, äh, 50 Euro, äh, mit der Karte, ja, aber, aber das ist langsamer, wenn Sie mit der Bank haben, ja, mit den Wire haben, das ist, das ist, äh, schneller, ja, das ist schneller, ja, das ist schneller, und Sie, ähm, benutzen jetzt diese Link, ja, mit unserer Information, alles erzählen, und das ist eine Sekunde, ja, ein, zwei Sekunden, äh, Und, äh, sehen Sie das alles auf der Karte, verstehen Sie, ja, das ist, äh, das ist, äh, das ist schneller, das ist schneller, wenn Sie die Bank benutzen, das ist schneller, weil, ja, das ist schneller, und das ist 100 Euro, ja. Ja. Äh, so, versuchen wir, ja, jetzt zusammen das machen. Das muss ich denn ganz alleine machen, oder wie? Das ist, das kann, ja, können Sie mit der Wire machen, äh, das ist, war, das war, ja, schneller, ja, in ein paar Sekunden haben Sie jetzt Ihre Information, ja, und, äh, zuerst, äh, muss ich die E-Mail prüfen, ja, so, Ihre E-Mail muss ich prüfen, dass diese Information Sie senden, ja? Ja, Sie, Sie haben, äh, Sie haben, äh, die E-Mail karltoffel, ja, karltoffel.gmx.net, ja? Nee. Richtig? Nein. Nein? Nee. Äh, und, äh, welche E-Mail haben Sie? karl.toffel. Ja. ist, schlecht, at mdccfun.de. So, ähm, ich, äh, ich, äh, sende Ihnen, ja, eine SMS, dass Sie, äh, meine, äh, Arbeits-E-Mail prüfen können, okay? Wohin senden Sie denn die, äh, MMS? SMS, SMS. Mit meiner E-Mail, okay? Ich sende Ihnen jetzt, äh, ob wir, äh, unsere Information geprüft können, okay? Kann ich das machen, jetzt? Ja? Ja? Kann ich, ja? So, jetzt, äh, haben Sie, zum Beispiel, ja, ein, Moment mal, Moment mal. Äh, ich, äh, so, schicke den Brief, jetzt, okay? Moment mal. Ich habe auch lange mit Brief. Nummer? Was? Meine Name? Nee, Brief dauert doch lange. Äh, ich verstehe nicht, können Sie wiederholen? Na, ich sage, Brief dauert lange. So, äh, Sie müssen bringen, die Nande. Was? Sind Sie ein bisschen durcheinander? Äh, so, anders, nein, ihr, äh, auf ihr E-Mail, auf ihr E-Mail, äh, müsst ihr das senden. Ja, sende ich, ein, Moment mal. Moment mal, ich, ich mache alles. Moment mal. Moment mal, das soll ich, aber alles. So, jetzt, äh, Moment mal, Sie sind hier, ja? Ja, wo soll ich denn sein? Sie müssen jetzt, ja, ähm, Ihre, Ihre E-Mail prüfen, ja? Ja, und Sie haben einen Brief von mir, ja? Von mir, von Polly, von dieser Plattform. Ähm, so, das ist die gemeine Information, ja? Nachdem Sie diese Information haben, ja, sende ich auch die Information über die Bezahlung, ja? Und mit dem Link, wo Sie können depositieren und auf Ihren Account gehen, okay? An welcher E-Mail-Adresse senden Sie das denn? Entschuldigung? An welcher E-Mail-Adresse senden Sie das denn? Ja, ihr seht diese Adresse auf unserer Account, so, das ist carl.tossel.gmx.net. Aber habe ich ja gesagt, die ist falsch, haben wir ja abgeklärt. Okay, so, und, äh, ich, äh, ich, äh, diese Mess mit, äh, meine E-Mail, ja? Mit meiner E-Mail senden. Okay, Moment mal. Moment mal, ich mache das. Auf unserer Arbeitszimmer. Bettina, mit der Babette und der Bärbel. Ja, und jetzt, jetzt, haben Sie, haben Sie die SMS, haben Sie die SMS. Was denn jetzt, ein Brief, eine SMS oder eine E-Mail? No, SMS, jetzt, jetzt SMS, nur SMS, prüfen Sie die SMS. Also, Sie haben eine SMS an meine Festnetznummer geschickt. Was, Entschuldigung? Also, Sie haben eine SMS an meine Festnetznummer geschickt, ist das richtig? Äh, ich habe geschickt meine E-Mail, ja? Dass Sie, äh, Ihre Information, ja, nach der Bezahlung oder Ihre Frage, ja, für mich senden können, ja? Deshalb, Sie haben gesagt, dass Sie falsche E-Mail haben. Verstehen Sie? So, deshalb, ja. Ich habe Ihnen ja die Richtige schon durchgesagt. Da können Sie ja die Richtige nehmen dann. Die Richtige, was? Na, die Richtige, habe ich Ihnen ja schon gesagt, die Richtige E-Mail-Adresse. Aber können Sie auch senden, auf die Antwort, ja, auf die SMS. Können Sie senden. Wie jetzt SMS? Also, Sie haben ja an meine Festnetznummer geschickt. Ja, aber ich habe geschickt, ja. An welche Nummer haben Sie das denn geschickt? Wie heißt denn die Nummer? Äh, das ist, das ist systematisch, ja, ich, äh, Sie müssen das sehen. Sie müssen das sehen, auf Ihre Handys, äh, like, automatisch sehen. An welche Nummer haben Sie das denn geschickt? So, welcher hat Sie, äh, Anruf gehabt? Ja, aber da ist nichts gekommen. Okay, okay. Also, können Sie Ihre E-Mail noch einmal sagen? Na, karl.toffel. Äh, ja, ja, langsamer, langsamer, langsamer. Äh, karl.toffel. Ja. Punkt. karl.toffel. Toffel, du, F, äh, zweit, F oder ein, F? Na, so wie es vorher schon stand. Also, karl.toffel und dann Punkt. Mhm, toffel. Ja, toffel. Punkt. Ja, Popelkriegen. Wie? Popelkriegen. Jetzt, äh, das ist, äh, Buchstabe oder was? Nee, das Wort. karl.toffel.popelkriegen. Und die letzte können Sie buchstabieren. Also, Popel wie Popel als Wort Popel und dann Queen wie Queen. Also mit wie Queen. Popelkriegen halt. Mhm, Popelkriegen. Popel, mhm. Popel, wie, äh, P, äh, P, U. Popelkriegen. Popelkriegen. Nicht Popelkriegen. 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 Oh, ja. Popel, nicht Popi. Popelkriegen. Ja. P, O, P, 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 ja. P, O, P, P, O, P, P, L, Y, G, H, Z, V, und dann Queen. Popelkriegen. 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 Und dann Queen. Queen. Queen, die englische Wort, ja? Ja. Ja. Und dann, äh, net, äh, Gini X, oder was? Nee, dann kommt erst mal Punkt Hausmeister. Aha. Und dann, at mdccfun.de. Äh, so, G, M, F, ja? Weiter. Nee, 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 nee. Und was geht? Queen. Na, at mdccfun.de. Das ist die Endung. Hello. Äh, so, kann ich, äh, können Sie buchstabieren? Popel, Queen, ja? Dann, buchstabieren Sie bitte. Na, Punkt Hausmeister, at mdccfun.de. Ah, langsamer, langsamer, ja, das ist dort, runter, dann, äh, buchstabieren Sie. Hausmeister, also wie der Meister aus dem Haus, also so wie ein Hamster im Rad. Hausmeister, ja, Hausmeister. Ja. Hausmeister, weiter. Genau, also haben Sie jetzt Popelkriegen, äh, und dann Punkt Hausmeister, ja? Ja, Hausmeister, und weiter. Und dann, at mdccfun.de. At, und langsamer, die letzte. Na, mdccfun.de. Langsamer, können Sie das langsamer machen. Was meine ich? M, M, C, mdccfun.de. M, M, D, C, T? Ja, fun.de. Punkt.de. Okay. Moment mal. Moment mal. So, meine, 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 meine E-Mail. So, meine E-Mail. So, äh, versuchen wir jetzt das haben. Moment mal. Moment mal. Naja, Hauptsache, Sie haben Spaß. Moment mal. Ja, und auch auf Login. Ihre E-Mail. Aber Ihre E-Mail ist hier. Ja, mhm. Äh, so. So. Sie haben, äh, eine, äh, Limit, Limit für die, äh, Speziale, für die Poste, dass, äh, eine Spam, ja, oder eine, äh, unbewohnte, ja, Information zu haben. Können Sie, können Sie vielleicht diese Limiten, ja, auf Ihre E-Mail abzubrechen. Deshalb, ich kann auf Sie nichts senden. Wie meinen Sie das? Kaputt? Das ist nicht kaputt, ja, das ist nicht kaputt, aber wenn Sie, äh, diese Senden, ja, Versuche, Versuche zu senden, ja, ich kann das nicht senden. Das heißt, Sie haben Limiten für Ihre, äh, Poste, ja, für Ihre E-Mail, vielleicht auf die ungewöhnte, ja, oder unbekannte Adresse. Na, ich kenne doch meine E-Mail. Ja, das ist Ihre E-Mail, aber Sie haben die, hm, okay, okay, Limiten. Okay, äh, äh, Haben Sie, so, Sie gehen, ja, Sie gehen, ja, Sie gehen auf die, ja, Web-Suite, Web-Site, SwissPro, so, hier erkläre ich jetzt, ja, das kann die Konvers auf Sie senden nicht. Okay, äh, Sie gehen, SwissPro, S, Sie, E, E, gehen Sie auf diese Web-Site, ja, auf Ihre Account gehen, F, D, E, Z, Z, P, R, O. Hallo. Hallo. Ja? Ja, haben Sie, haben Sie, haben Sie gegangen? сп,zz, z-z, z-z-z, z-z, z-z-z, z-z. SwissPro.com. Und wie meinen Sie das jetzt? So, Sie, 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 Sie sind in dieser Web-Site, ja. Welche jetzt genau? S-D-E-2-Z-P-I-R-O SwissPro Und was ist das? Das ist eine Plattform, die ihr geklärt habt, dass sie diese Profit können machen. Und dorthin ist ihr Account, dass sie gehen können. Verstehen Sie? Verstehen Sie? Nee. Sie müssen auf ihre Website gehen und ihre Account sehen. Für diese zu machen... Wo habe ich denn das? Wie war das da eigentlich mit den Gewinnen? Die Frage haben Sie ja nicht beantwortet gehabt. Wie viel Gewinn man da so machen kann? Also ich habe beantwortet auf die Fragen, die Sie vorher haben. Aber das habe ich ja nicht verstanden. Da war dann irgendwas komisch. Aber das haben Sie nicht verstanden. Also ich bin jetzt hier versucht, geht auf das Dingspro und da steht Euro 19.753,82 Cent kaufen. Da kann man die Domain kaufen. Sie müssen nichts kaufen. Sie müssen nur depositieren. Und dann beginnt das System zu tradieren. Beginnt das Geld zu machen. Verstehen Sie? Ja, Geld macht das Geld. Sie oder wer? Ja. Die Geld haben Sie auf einem Monat dieses System tradiert. Zuerst müssen Sie diese Account, ja, haben. Nicht Account, aber aktivieren. Diese Account aktivieren. Für dieses Mal müssen Sie Ihre Account sehen, auf diese Plattform gehen, ja. Dann depositieren und dann senden Sie uns eine Prüfung für diese Bezahlung, ja. Ihre Foto der AD und weiter, ja, weiter beginnt das System, diese Profit zu machen. Ja. Verstehen Sie, ja? Nee. Und vielleicht, Sie haben auf die E-Mail, ja, auf Ihre E-Mail eine Ergänzung, ja, eine Limiter. Dass ich kann nicht diese E-Mail senden. Nee, da habe ich kein Limiter. Zum Beispiel, Sie haben eine unbekannte Information, ja. Und das, deshalb können Sie nicht, ja, etwas senden. So, können Sie meine E-Mail schreiben? Können Sie meine E-Mail jetzt schreiben? Ja. Soll ich Ihnen eine E-Mail schreiben, oder was? Sie müssen meine E-Mail schreiben, ja. Also ich soll Ihnen eine E-Mail schreiben? Meine, meine E-Mail, dass er alle Informationen für Sie geschickt können, könnte. Ja, also ich soll Ihnen eine E-Mail machen? Jetzt, ja. Auf die Antwort, die Antwort auf meine E-Mail. Ach, ich soll auf eine E-Mail antworten? Na, dann müssen Sie mir eine E-Mail schicken, dann gucke ich da rein. Ich kann das nicht schicken, deshalb, Sie haben diese Limiten auf Ihre E-Mail, ja. Sie, unsere E-Mails sind wie Spam. Sie können Ihre E-Mail, Ihre E-Mail will nicht unsere Briefe kommen, ja, bekommen. Also Sie verschicken Spam? Das ist nicht Spam. Das geht, wenn etwas Unbekanntes für Ihre E-Mail ist. Das ist nicht Spam. So, zuerst schreiben Sie meine E-Mail, ja, schreiben Sie. Und schicken Sie, schicken Sie eine Wörter, ja, Grüßen oder etwas, das er Ihnen sehen kann, okay? Ja, also soll ich Ihnen jetzt eine E-Mail schicken? Meine E-Mail müssen Sie schreiben. Und dann soll ich Ihnen eine E-Mail schicken? Und dann soll ich Ihnen eine E-Mail schicken? Ja, 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 eine E-Mail mit etwas, ja, mit Grüße, mit etwas, ja, Inhalt, äh, verschiedener Inhalt, einiger Inhalt, dass ihr, äh, Ihnen sehen könnt, okay? Aha. Okay, so schreiben Sie, schreiben Sie, ich buchstabiere. So, H, die erste Buchstabe, H. Ein H. Ja, dann A, wie, äh, E, englische E, ja, E. Also ein E. Ja, E. E wie englische E. Oder, oder, äh, die deutsche Wort beginnt, ja, diese Buchstabe, die Antwort, A, Antwort. Deutsche A, englische E. Aha. Aha, das ist zweite Buchstabe. Die dritte Buchstabe ist L, L, L. Also drei L, eins, zwei, drei. Zwei L, ja, zwei L, ja. Zwei, nicht drei. Zwei, zwei, zwei. Ja. Dann Y. Ein Y, Moment, da muss ich mal den, also H, H, Halli, ja. Ja, ja, Halli, ja. Ja. Halli, Balli, hm. Ja. Dann Sie. Ein was? Wie, 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 wie Wein, ja, wie, Wien, Wien, Wien. Wie, wie. Ein was? Wie. Eine Buchstabe Sie, wie ein Wort, äh, Wien, ja, Wohnhaus. Ach so, ein, also Halli, W, hm, ja. Mhm, Halli, W. Dann Ed, Ed, englische Ed. Ein englisches Ed? Ja. Nicht das deutsche? Das ist international, ja, ein Markt, das Sie für die Poste haben, Ed, ja. Ja. Also eins muss man der Betrügerin ja lassen. Durchhaltevermögen hat sie definitiv. Tja, beim Buchstabieren muss sie natürlich auf jeden Fall nochmal ein bisschen üben. Das ist ja hier eine reine Katastrophe. Tja, aber auf jeden Fall gut, dass sie selbst ihre Zeit verschwendet. Ich gehe mal davon aus, dass, äh, wenn die Kunden da halbwegs mitspielen und, ähm, naja, nicht so viel Ahnung von dem Ganzen haben, dann vertrödelt die hoffentlich jede Menge ihrer Zeit. Tja, ich hoffe, dass das tatsächlich bei der Tante öfters passiert. Was aber dazu eher führt, dass er die sicherlich ganz schnell rausschmeißen aus dem Callzentren, weil es geht ja letztendlich darum, dass hier möglichst viel Geld verdient werden soll. Eins ist klar, dass das hier definitiv nur wieder ein Betrugsfall sein kann. Denn das Gestammeln und das Gestotter mit dem Krach im Hintergrund und dem Geklatsche und dem Gejaule, es ist absolut entwürdigend, wenn man solche Leute am Telefon hat. Der absolute Wahnsinn. Aber das Gespräch ist hier tatsächlich noch lange nicht zu Ende. Dann F. Wie jetzt? Ein S. Ein S, ja, ein S. Also habe ich jetzt auch das S gedrückt auf meiner Tastatur und was soll ich denn da als nächstes machen? Kommt dann da was Spezielles? S, wie im Wort, ja, Speziale, Speziale, ja, wie, äh, Sorgen, ja. Wie was? Wie im Wort Sorgen. Ja. Die erste S. Mhm. Und dann? Dann wie. Äh, wie. Äh, wie. Äh, wie im Wort Wohnen. Dasselbe, dass wir haben zuerst Holly. Also ein... Holly wie, ja, dann wie. Ja, jetzt geht das hier schon nicht mehr. Moment, das ist schon zu lange als her. So. S, wie, ja. 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 mit Punkte. Ja. 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 Dann O. O wie Ordnung. O. Ein O, ja. Mhm. Dann Punkt. Ein Punkt. Dann N. Ein N. Ja. Dann E, wie E, 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 E. Ja. Und dann T, wie teuer. T, T. Ja. So, noch einmal. Holly, sie, sie. Also ich kenne dann den Code und sie müssen mir den Code vorlesen, ja? Das ist eine E-Mail, dass sie eine Antwort für die... Ich habe den Code gekriegt. Was? Ich habe ihnen einen Sicherheitscode geschickt. Wir müssen sie vorlesen. Ja. Müssen sie das machen? Ja. Am Anfang, können sie das lesen? Na, ich habe ihnen jetzt geschickt, die E-Mail. Ja, okay, prüfe ich. Aber ich habe keine. So, können sie noch einmal diese Lesung vorlesen, dass sie geschrieben haben? Na, ich habe das so geschrieben, wie sie das gesagt haben. Ja, aber prüfen wir noch einmal. Deshalb, ich habe keine E-Mail auf meiner Post. Na, ich habe sie bekommen. Na, ich habe sie bekommen. Na, ich habe sie bekommen. Haben sie bekommen? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Mögen Sie mir jetzt den Sicherheitscode vorlesen? Ähm, was muss ich vorlesen? Ja, den Sicherheitscode, den ich Ihnen geschickt habe. Sicherheit, ich geschickte alles jetzt, okay? Na, ich habe Ihnen einen Sicherheitscode geschickt. Da müssen Sie jetzt erst einmal den Code vorlesen. Okay, okay. Äh, 8, 8. 8. Ja? 7, 7. Mhm. 2, 7. Ja? Ja. Dann, 8, 8. Ja. 9, 9. Ja. 7, 7, äh, entschuldigung. 6, 6, 6. Ja. Tün. Ja. Tia. Ja. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 9, 8, 7, 4, 5, 8, 5, 6, und 9. Ja, das stimmt. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt, auf diese Antwort, ja, auf diese E-Mail, sicher, ich, äh, sende ihr, äh, ihr Passwort, ja, auf diese Account-Login, das Sie, ja, das Sie müssen, äh, benutzen, ja? Ja. Äh, so, und die, äh, Link, ja, für die depositieren, ja, das Sie, und unsere Information um uns, ja? So, Sie lesen, äh, Sie lesen alles, entschuldigung, ja? Sie lesen alles, ja? Dann, wenn Sie die Bezahlung, ja, haben, wenn Sie diese Bezahlung haben, ja, müssen Sie die Foto, ja, oder die Scan dieser Bezahlung für diese E-Mail auf mich senden. Und auch, ein, ähm, so, wie ein Dokument, ja, oder Foto oder Scan etwas, ja? Das Sie, äh, das Sie, äh, für Ihre, äh, Persönlichkeit haben, ja? Passwort oder ID-Karte, dass wir, äh, ähm, Sicherheit, ja, für Sie machen, für Ihre Account machen können. Ja, ja. So, das muss, das muss, eine, das muss ein Foto oder ein Scan für Ihre Persönlichkeit, äh, müssen, ja? So, jetzt, zum Beispiel, so, alles, das Sie, äh, nach dieser, äh, ja, Bezahlung haben, diese Foto, die, der Persönlichkeit, äfter, dann die Bezahlung, das Sie haben für unsere Plattform Zweite, senden Sie auf die E-Mail, das Sie geschickt jetzt haben. Okay? Ja. Dann prüfe ich alles. Ich, äh, rufe Sie an, ja, noch einmal. Und Sie haben Ihre Account, Ihre Konto aktiviert. Okay? Wie geht das? Und danach, ja, alle Dokumente, ja, alle, äh, Konfirmation habe, ja, die Bezahlung, die Persönlichkeit von Ihnen, müssen wir, ja, haben wir Ihre Account aktiviert und ich rufe Sie noch einmal an, dass Sie sicher sein, dass alles ist, äh, ja, in, und Sie können Ihre Konto auf Ihrem Account sehen, okay? Aber wollen Sie nicht so lange am Telefon bleiben? Ja, ich kann aufs Telefon bleiben, wenn Sie alles, äh, simultanisch jetzt können haben, ja, so, ich, äh, stehe an dem Telefon, okay? Sie stellen sich ans Telefon? Ja, 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 ich stehe jetzt, ja, ich stehe, aber, aber ich warte auf Ihre Bezahlung auch jetzt, ja, weil ich am Telefon stehe, wenn es, äh, bequem für Sie, ja, äh, diese Simultaneous haben, ja, Simultaneous haben, Bezahlung und alles, äh, alles schicken, ja, ich stehe am Telefon. Sie stehen am Telefon? Ja, 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 wenn Sie die Bezahlung und Ihre, äh, Persönlichkeit, äh, jetzt, ja, oder, äh, ja, diese Minute oder diese Zeit senden, wenn Sie haben diese Möglichkeit, ich stehe am Telefon, okay? Ja. Okay, warten Sie ein paar Minuten, ich sende für Sie die Links für die Bezahlung, okay? Und Sie bleiben am Telefon? Ja, ich bleibe am Telefon. Ja. Okay, warten Sie hier, okay? Ja. So, ich sende jetzt die Link auf die Bezahlung, okay? Ja. Okay, Moment mal, Moment mal, äh, so, äh, warten Sie, äh, 50 Sekunden, okay? Ja. Okay, okay, warten Sie. Hm. 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 Also es ist wirklich schon beeindruckend, wie lange diese nette Dame hier an der Leitung bleibt. Und das Gespräch ist ja gerade mal zur Hälfte rum, also noch nicht mal. Aber es ist schon echt beeindruckend, wie viel Mühe und Zeit manche Betrüger in, ja, in das Opfer stecken, um doch noch irgendwie ans Geld ranzukommen. Tja, das ist nämlich auch der einzige Grund, warum die überhaupt in der Leitung ist. Sie will an eure Kohle. Tja, und wenn Sie denken, dass der Kunde dumm genug ist, hier wirklich sein Geld einzuzahlen, dann nimmt man sich dafür auch dementsprechend ordentlich Zeit. Und das macht die ganze Sache auch gefährlich. Denn, naja, der ein oder andere, der das hier alles nicht versteht, blickt und da nicht hinterkommt, oder überhaupt gar keine Ahnung von dem Ganzen hat, nun ja, der ist vielleicht tatsächlich sogar dankbar dafür, dass diese nette Beraterin sich so viel Zeit für eine nimmt. Schon irgendwie traurig. Hallo? Ja. So, jetzt sende ich alle nötige, ja, für Sie. So, Moment mal. Alle Informationen für die Bezahlung, ja, für 100 Euro. So, Entschuldigung. Moment mal. Aus Ihrer Brief, ja. So, Sie müssen Bankname, ja, Bankangresse, Accountname, IBAN, haben Sie alles in dieser Antwortung, ja, in dieser E-Mail. So, wenn Sie bezahlen das, senden Sie die Kopie, ja, oder Foto dieser Bezahlung auf dasselbe E-Mail, ja, und auch die Prüfung Ihrer Persönlichkeit, ja, dass Sie sind hier, das sind Sie, ja, die ID-Karte oder etwas auf dasselbe E-Mail, okay? So, sende ich jetzt. Sie haben, Sie haben etwas, Sie haben etwas Security, können Sie, können Sie etwas aufmachen? Ja, das kann ich nicht, das senden. Hä, was bin ich? So, das ist die E-Mail, das, wie kann ich das senden? Ah, das ich kann nicht senden. So, ich habe hier, so, Moment mal. Ah, Moment mal. So, Moment mal. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Das ist für Sie. Sie haben diese Limite, Sie haben diese Limite, ich weiß nicht warum, aber unknown identity, unknown identity. Können Sie, können Sie dasselbe, ja, als Sie haben, dass Sie vorher haben, machen? Deshalb, ich kann, ähm, nichts senden. Na, ich habe Ihnen doch schon eine E-Mail geschickt. Ihr, äh, Teil, die verschicken, aber Sie haben keine, eine Limite, eine Limite, dass ich kann. Können Sie die Funktionen, ja, auf Ihrer E-Mail, äh, vielleicht, ähm, ausmachen, ja? Ja, für die Sekuren, können Sie das machen? Ja, ich weiß ja nicht, was ich da ausmachen soll, da ist nichts an. Aber, aber ich, ich kann nicht senden, ich schicken, ja? Ich kann, äh, Ihre E-Mail senden, ja? Aber ich kann nicht beantworten, auf Ihre, auf Ihre E-Mail beantworten. Also, ist aber kaputt? Nein, ist nicht kaputt. So, Sie, ich schreibe, ich schreibe jetzt diese Information zu Sie, ja? Ja. Und, äh, das geht nicht. Sie haben keine, einige Limite, einige Limite auf der Post, auf der E-Mail. Nee, da kommt alles ein. Da habe ich für alles freigeschaltet. Kann nicht, so. Ah, das ist die Bankadesse IBAN, ja? Ja, fr76174118303, diese IBAN und umdick. So, Sie haben diese Info, ja, mdc-fun.d, ja? Ja. Erkennen Sie, Moment mal. Ja. Ich brüche Ihre E-Mail. So, das ist das, ich wünsche. Ja, ich habe das gemacht. Ich habe das gemacht. Haben Sie gesendet? Ja, 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 ich habe gesendet. Also, soll ich jetzt mal in meinen Postfach gucken? Was? Also, muss ich jetzt in meinen Postfach gucken? Ja, Sie müssen jetzt bezahlen, diese Kopie, diese Foto, auf mich senden, ja? Und Ihr Foto der Persönlichkeit, auch dasselbe E-Mail senden, ja? Ich warte, ich warte auf Ihnen. Ja. Welche Zeit benutzen Sie, um alles, auf alles zu machen? Ja. Für die Bezahlung und die Foto der Persönlichkeit. Welche Zeit benutzen Sie? Ich habe alles geschickt, ich habe alles geschickt für Sie. Ist aber noch nicht angekommen. Was? Ist aber noch nicht angekommen. Noch einmal? Ist noch nicht angekommen. Sie haben das nicht bekommen? Nee, ist noch nicht da. Okay, noch einmal. Und jetzt? Jetzt müssen wir noch mal warten. Warten Sie? Mhm. Jetzt müssen Sie das haben. Nee. Warum nee? Ich habe das gesendet. Ist noch nicht da. So. Okay, versuche ich. Und Ihre, um diese E-Mail, Moment mal. Moment mal. Und Sie haben Sie Spam geprüft? Haben Sie Spam, die Folter Spam geprüft? Ja. Und Sie haben keine Briefe? Ist noch nicht da. Ja. Okay. Und Sie haben eine Sprache? Ja. Ich mache das. Moment mal, wir haben technische Probleme. Moment mal, ja. Warte, warte an mich eine Sekunde auf, okay? Ja. Okay. So, hören Sie mich? Ja. So, jetzt, ja, deshalb, ich habe in eine technische Probleme mit E-Mail, ich sende jetzt auf andere E-Mail, ja, alle Informationen, ja? Ja, ich sende jetzt, ja, ich sende jetzt die Information, ja, Moment mal, und Sie haben alles darin, okay? Minute, ja, okay, Minute, ja, okay, Minute, Entschuldigung, ja, für diese technischen Probleme, ich weiß nicht, warum das geht, heute, Entschuldigung, Moment mal. Ja. Moment mal. Und jetzt sind wir, ja, wir sind prämischen für die Bezahlung. So, Moment, zwei Sekunde. Jetzt haben Sie von Theresa, das war, das war, das war, das war von Theresa geschickt. Ja, da muss ich mal gucken. Was? Ich sage, da muss ich mal gucken. Sie, Sie, ja, Sie müssen das öffnen, Sie müssen das öffnen. Sie haben das? Ist noch nicht bekommen. Ist noch nicht bekommen. Nicht bekommen und Spam, prüfen Sie das Spam. Ja, da gucken wir auch nochmal. Haben Sie etwas im Spam? Nee. So, die E-Mail müssen auf theresey, theresey.at, wie ist froh, das nicht bekommen. Theresey. Nee, ist nicht da. Das ist die Information für die Bezahlung, das ich von einem Kollegen geschickt habe. Ja, ist aber nichts gekommen. Können Sie in dieser, wie heißt das, in diesem, entschuldigung, prüfen, ja, die Browser R9, die Browser R9, ja, R9 die Browser R9, ja, R9 die Browser, R9 die Poste, R9 die Poste, ja, haben Sie das? Ja, es ist noch nicht da. Was? Ich sage, es ist noch nichts da. Und Sie haben keine, ja? Ja, es ist nichts gekommen. Oh, was, okay, äh, ich färbe noch einmal, ja, auf andere Mail. Ja. Moment mal. Moment mal. Nee. Okay. Und jetzt? aktuell ist noch nicht so um diese e-mail auch moment weil ich ja noch mal jetzt ist gekommen was etwas gekocht ja das ist von therese es ist aber das ist die falsche übernummer dieses frankreich war er falsche übernummer ja dieses bank so dass das funktioniert das sehen sie wenn sie bezahlen wollen ja haben sie gar keine deutsche übernummer das ist von anderen dresse ja das ist dass wir die diese offizie haben das funktioniert das können sie bezahlen mit dieser e-bahn oder was ich brauche eine deutsche e-bahn nummer deutsche e-bahn nummer bezahlen benutzen sie ja okay ich frage jetzt dann momentan ich frage jetzt wenn sie ja diese möglichkeit haben okay 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 moment mal es ist schon der absolute wahnsinn die nette tante lässt uns jetzt hier wieder in der hotline warten das macht sie ziemlich oft und vor allem jedes mal ziemlich lange also ich frage mich wirklich was sie die ganze zeit im hintergrund tut na und außerdem hieß es doch erst die ganze zeit dass sie hat ja keine technischen probleme liegt an meinem postfach und nun erzählt sie mir die ganze zeit dass bei ihr irgendwie alles kaputt ist ist ja sehr vertrauenserweckend hallo ja so versuchen sie noch einen das haben ja aber ohne speise dass das e-bahn das sie haben ja die nummer aber prüfen sie dass sie keine keine preise haben ja dass sie keine zeit bevor haben das ist das ist richtig und diese e-bahn ist geprüft ja haben sie da auch eine deutsche bank das ist neu ja dass wir beginnen das im futurum aber jetzt haben wir noch diese können das ist das war ohne kommission ja das war ohne diese prozenten die sie können die hauptsächlich machen so entschuldigung hören sie mich ja okay versuche er versuche diese ja versuche diese machen moment mal moment 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 So. Sie sind da, ja? Ja. So, jetzt wir senden Ihnen auch neue Einbahn, ja, mit den Daten. So, prüfen Sie das? Haben Sie? Nee. Ja? Nee, ist noch nicht da. Okay, auf andere... Sie haben das nicht, ja? Was? Nein? Nee, ist noch nicht da. Okay, okay. Moment mal. Moment mal. Also, das ist ja schon der absolute Wahnsinn, wie oft die nette Lady hier Moment mal, Moment mal, Moment mal wiederholt. Ja, und wenn es denn mal dazu kommt, dass sie dann ihr Mikrofon auch ausmacht, um da irgendwas nachzugucken, dann sitzt mal fünf Minuten rum und sie sagt gar nichts. Es ist einfach nur still in der Leitung. Also, normale Menschen würden hier an der Stelle spätestens irgendwann auch mal aufgelegt haben. Es ist schon eine absolute Katastrophe. Tja. Ja, übrigens, vergesst den Daumen nach oben nicht, wenn euch das Video gefällt. Wir haben ja die Betrügerin hier ordentlich lange beschäftigt. Und wer mag, kann auch gerne den Kanal mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Den Button dazu und weitere Infos findet ihr direkt unter dem Video. So, und jetzt? Ist noch nichts da. Was? Was denn? Es gibt's? Nee. Wir haben das geschickt. Ist noch nichts angekommen. Erneuern Sie noch einmal die Post, die E-Mail und die Browser. Und prüfen die Spam, ja, die volle Spam. Mhm. Ah ja, jetzt ist was angekommen. Ja, sehr gut. Aber es ist auch keine deutsche. Es ist immer noch französisch. Das ist eine deutsche E-Band. Das steht ja jetzt vor. Hier, dorthin, dort, äh, im E-Mail. In der letzten E-Mail. Sie haben für Sie das, äh, zweimal kopiert. Das E-Band, E-Band, ja? Neue, deutsche E-Band. Also, dann ist die noch nicht angekommen. Aber Sie haben einige E-Mails, Sie haben gesagt. Ja, eine ist gekommen, aber das ist wieder französisch drin. Aber das was? Da ist wieder französisch drin. Was ist das, französisch drin? Französisch. Ah, glösisch? Ja. Äh, so. Sie haben gesagt, dass die letzte, ja, die Volkherr E-Band, was falsch ist. Wir haben für Sie andere E-Band, ja, von anderen Offices, von anderen Banken, dass Sie prüfen können. Können Sie prüfen jetzt, mit dieser E-Band zu machen? Ja. Das ist ja immer noch französisch, was ich jetzt hier habe. Ich habe ja noch keine deutsche bekommen. Das ist, das ist nicht französisch. Das ist andere. Ja, ich habe aber nicht französische. Wir haben gesendet andere. Ja, also von der ist noch nicht gekommen. Das ist nicht angekommen? Ne. Okay. Aber wir haben dasselbe geschickt, das wir vorher haben. Ja, aber ich kann ja nichts anderes sagen, als ich es hier habe. Ich habe jetzt hier zwei französische E-Band-Nummern und einer gleich zweimal in einer E-Mail. Aber wir haben noch diese. Wir haben keine Kommission. Wir müssen sicher sein, ja. Wir haben diese Offices, ja. Und das ist kein Problem. Das ist französisch, ja. Und das englische. Das ist kein Problem. Das ist wahr. Ja. Wir haben, wir haben, äh, die, äh, unterschiedliche, ja. Ähm, agreements. Ja. Dass Sie keine Kommission zahlen, bezahlen. Das ist sicher. So. Versuchen mit dieser E-Band machen. Mit Ärzte, ja. Vielleicht würde die zweite besser mit Ärzte bezahlen. Das ist sicher. Sie, äh, müssen nicht, äh, ja. Ähnlich sein. Das ist normal. Dass wir die Offices dorthin haben. Ja, aber bis jetzt ist ja die Deutsche noch nicht da. Aber haben wir keine deutsche E-Band. Für diese Plattform haben wir nur diese. Verständnis. Ihr schickt mir jetzt eine deutsche E-Band. Wir haben keine deutsche E-Band. Wir haben nur diese E-Band. Ja. Nur diese E-Band. Aber gerade haben Sie gesagt, Sie hatten noch eine andere verschickt. Ist doch aber die gleiche wieder. Was? Ja, Sie haben mir jetzt dreimal die gleiche E-Band-Nummer geschickt, aber keine deutsche. Das sind verschiedene. Das sind die E-Mails. Wir haben keine deutsche E-Band. Wir haben nur diese 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 E-Band. Nein. Wir haben nur eine juridische OPC. Und für uns. Ja. Für die Training. Das ist bequemer. Und das ist so. Die Profit ist mehr für sie und für uns. Deshalb. Aber das ist das ist eine Welt. Ja. Unterwelt-Trading. Ja. Das bedeutet nicht... Ja. Ich kann nur die deutsche E-Band-Nummer überweisen. Aber wir haben keine deutsche E-Band. vielleicht diese auch ja vielleicht auch aber warum nicht da keine deutsche übernummer an deshalb wir haben diese jüdische agreement der vorlage das geht so das arbeitet in diese welle wir haben auch info in dina polska jahre einmal damit die davor welche mit de und dann die adresse wie die was mit der ich verstehe nicht adresse deutsche adresse wie wird das so was wir haben ja ich frage nach aber ja fragen sie da mal nach ich warte so lange okay ich frage aber 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 wenn sie nicht suchen nicht diese deutsche adresse nicht suchen können was machen wir können sie mit dieser französische bezahlen ja erst mal fragen sie mal nach der deutschen dann gucken wir weiter okay frage an ja warte so lange und können sie mit der karte bezahlen das ist weniger mit der karte bezahlen können sie das machen ja 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 okay okay frage ich frage ich ja auch ja wie können sie das machen mit der deutsche karte ja ja okay okay und welche welche bahn haben sie entschuldigen das weiß ich nicht aber ich brauche jetzt erstmal eine deutsche e-bahn nummer von ihnen aber wenn sie wenn sie wenn sie haben ja diese feier wenn sie in der bank zahlen haben sie diese e-bahn dass er geschickt haben ja 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 da brauchen sie deutsche genau wir haben keine deutsche e-bahn sie können all ihren kollegen der kann da mal vielleicht sagen sie brauchen da mal eine deutsche e-bahn nummer das wird schon okay 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 können sie können sie auch ja können sie auch mit der karte bezahlen können sie auch fragen sie mal nach der nach der deutschen e-bahn ich warte so lange okay frage noch einmal ja und dann hat uns unsere nette gehirnbremse wieder ewig alleine in der leitung gelassen und jede menge zeit vertrödelt ich weiß nicht wo die da die daten her poolen muss aber es ist ja schon naja absolut fragwürdig so wie sie überhaupt am telefon agiert und reagiert und was sie da tut und sobald man irgendwas sagt ist ja eigentlich schon vollkommen damit überfordert und ja eine frage kann sie nicht beantworten ja und erzählt uns erst was von der deutschen e-bahn dann hat sie doch keine und meinte sie hat aber verschickt und dann doch nicht und es ist einfach nur noch verwirrend jetzt ist absolut weiß ich nicht ich weiß nicht was ich von solchen leuten halten soll ja und es ist sowieso krank dass die zwei stunden versucht irgendwie an unsere kohle ranzukommen und vor allem ist es absolut wahnsinnig wie lange wir für jeden einzelnen schritt hier brauchen tja keine ahnung ob die darauf trainiert sind ihre zeit dazu verlutschen aber es ist schon gigantisch tja und das gespräch ist immer noch nicht zu ende es läuft und läuft und läuft weiter hallo ja so eine frage haben sie die die karte zum beispiel internationale jahr oder wie etwas wie paysoft haben sie haben sie das ist meine system wenn sie die die können auf diese konto ja senden aber missen sie das mit mit kohen haben ja und äh etwas wie mit der karte ja aber mit anderen anderen andere 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 wählen können sie können sie können sie erklären warum können sie nicht mit dieser e-bank zu zahlen können sie es werden Was meinen Sie? Warum können Sie nicht mit dieser Eibahn bezahlen? Warum? Wie meinen Sie das? Sie haben gesagt, dass Sie mit dieser Eibahn bezahlen können, nicht können. Warum? Doch, aber ich will nicht ins Ausland überweisen. Ausland zu beweisen. Ja, weil Ausland ist ja immer, da muss man ja aufpassen, wie im Pfand. So, in diese... Haben Sie, haben Sie All-Pay oder Visa oder Masterkarte? Haben Sie das? Hallo? Ja, was meinen Sie? So, für diese Bezahlung zu machen, können Sie auch Visa oder Masterkarte benutzen. Haben Sie diese? Was meinen Sie jetzt? Welche Karte meinen Sie jetzt? Also die mit dem... Mit dem, wo die Farben drauf sind? So, Sie haben zum Beispiel, wenn Sie diese Eibahn nicht benutzen können, ja? Sie können auch Visa oder Masterkarte benutzen, für diese Bezahlung, wenn Sie mit Eibahn, ja, mit französischer Eibahn nicht bezahlen können. Verstehen Sie, ja? Nicht so richtig, nee. Was? Nicht so richtig. Nicht was? Nicht so richtig. So, warum können Sie nicht mit dieser Eibahn bezahlen? Na, kann ich doch. Sie können, ja? Ja, ja. Okay, okay. Haben Sie... Na, Sie, diese Bezahlung haben, ja? Ja, senden Sie, senden Sie, äh, diese Bezahlung, diese, diese Foto, ja, diese Copy oder Foto auf die E-Mail, auf die E-Mail der Therese, dass wir diese sehen können, dass wir diese Geld auf Ihre Konto, ja, belangen können. Verstehen Sie? Nö. So, Sie haben diese E-Bahn, Sie haben diese, äh, Konto, ja? Sie haben diese Information, ja? Mit dem Wurstbrot, das, ja? Mit dem was? Mit dem Wurstbrot. Ja. Sie haben das. Und, um diese Account, ja, zu beginnen, zu starten, müssen Sie, ja, diese Bezahlung haben, ja? Sie haben, wir müssen diese Kopien, ja, diese Kopien der Bezahlung für mich auf die letzte E-Mail für mich unter Prüfung der Persönlichkeit zu wenden. Um diese, um unsere Account aktivieren. Ja. So, können Sie jetzt diese Bezahlung machen? Na, wie meinen Sie das jetzt mit der Bezahlung? Welche Bezahlung denn? 100 Euro, das Sie mit der Weiher, gehabt haben, auf Ihrer E-Mail. Ja. Können Sie das machen jetzt? Moment, da muss ich kurz gucken. Was? Da muss ich kurz mal nachgucken. So, äh, ich, äh, muss auf eine, so, nach, äh, 30 Minuten für Sie anrufen, dass Sie alles machen, oder was? Na, nee, haben, wie lange telefonieren wir denn jetzt schon? Nicht schon was? Wie lange wir denn jetzt telefonieren? So, Sie, wenn Sie diese Bezahlung, ja, machen, oder wenn Sie Simultaneous können Sie das machen, ja, kann ich warten. Aber ich muss, äh, wissen, wie viel muss ich warten? Ach so, ja, na, das können wir doch jetzt machen, denn. Ja, so, ich, äh, stehe auf der Linie, oder ich rufe Sie ein bisschen später. Nee, na, können wir doch jetzt machen. Okay. Wie wollen Sie denn hin? Okay, okay, so, ich warte auf Ihnen, ja, ich warte auf Ihnen. Warum? Wenn Sie, was? Worauf möchten Sie denn warten? Auf Ihre Bezahlung. Ich habe diese Information für Ihre Bezahlung, ja, für unsere Account geschickt. So, für diese E-Mail haben Sie die Information für die Bezahlung, für Depositieren, ja, für unsere Trading starten, auf unseren Account starten. Auf Ihrem Account? Was? Mit Ihrem Account. Äh, mit welchem Account? Ja, Sie wollen ja da den Account denn haben, ja? Ja, 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 so. Ja, Sie bezahlen das. Wir haben Ihre Konfirmation der Persönlichkeit, ja, wir haben die, äh, Konfirmation für die Bezahlung. Und dann, äh, gehen Sie auf Ihr Account, ja, aktivieren Sie zusammen. Und Sie sehen, ja, und Sie können diese Trading starten, ja? Ja. 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 Und dann mache ich das jetzt. Hm, was? Ja. Und dann? Aber kann man das nicht bei Ihnen einfach mit, 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 und dann, dann, dann bezahlen? Dann, ja, danach, dass Sie bezahlen, ja? Ja, und, äh, Ihre Konfirmation auf die letzte Seite, nee, senden, ja? Ja. Äh, so. Rufe Sie noch einmal, oder warte auf Ihnen, ja? Ja, und stehe auf. Ich bin noch nicht einfach nur an der Leitung warten. Ja, ich warte auf Ihnen. Ja, warte mal noch ein bisschen. Macht mir doch viel Spaß. Wie viel? Wie viel? Was? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Entschuldigung. Was denn? Dann, wann Sie diese Bezahlung machen, ja, und diese Konfirmation für mir senden, ja? Für diese E-Mail? Ja, wir können warten, ja. Wir können da so lange warten, das ist richtig. Wie, wie viel muss ich warten, Entschuldigung? Na, bis wir fertig sind. Bis so? Bis wir fertig sind. Aber sind Sie fertig? Ja. Sie haben, okay, Sie haben das gezahlt, oder was? Na, bestimmt. Okay, so, Sie haben das geschickt, diese Bezahlung auf die E-Mail? Ja. Okay, ich prüfe jetzt, Moment mal. Ja, mal gucken mal, ja. Moment mal, ich prüfe das. So, Sie haben 100, ja, bezahlt? Ja, natürlich. 100 Euro bezahlt? Ja, natürlich. Ja. Okay, ich prüfe, Moment mal. Ich prüfe das. Ja, warte mal ein bisschen. Und die Prüfung Ihrer Persönlichkeit, haben Sie geschickt? Warte mal, was meinen Sie? Äh, zum Beispiel, Sie haben, äh, ID, ja, Karte, oder, oder die Lizenzie von der Führerscheine, ja, etwas, dass, äh, wir können Ihre Persönlichkeit sehen. Also, wegen der Bratwurst meinen Sie jetzt, oder was sagen Sie da jetzt? Was zum Beispiel? Ich habe jetzt nicht ganz genau verstanden, was Sie sagten. Meinen Sie das jetzt mit den Bratwürsten, oder? Äh, nein, zum Beispiel, Ihre Passe, ja, oder Ihr Führerschein, die Kopie, oder die Foto, dass wir sehen, dass, äh, Information, ja, dass, äh, Sie, ja, diese Bezahlung selbstständig gemacht haben, dass Sie haben das gehabt. Sie benutzen, wir benutzen auch Ihre, äh, Konfirmation der Persönlichkeit, dass Sie diese Bezahlung, ja, für uns selbstständig gemacht haben, und das, äh, ist, äh, ja, sicher, das, das ist, äh, nicht andere Person, das ist Sie. Also, ich. Was? Ich denn. Äh, so, wo müssen Sie sie, senden das? Na, na, dann habe ich jetzt nicht verstanden. So, Sie müssen auch Ihre, äh, Kopie, ja, oder Ihre, äh, besser Foto, Foto der Persönlichkeit, für dasselbe E-Mail jetzt senden. Und wir alle sehen, dass, das ist sicher, ja, und, äh, dass Sie haben diese Bezahlung, ja, für uns selbstständig gemacht. Das, das ist Ihre, ja, Ihre Bezahlung, und das ist, äh, Ihre Information, Ihre Name, ja, Ihr Vorname. Wie ist Ihre Mäne schmissen? Verstehen Sie? Das klingt aber schwierig. Was ist Ihre Mäne schmissen? Hallo? Ja. Hallo? Hallo? Hallo, ist das Karol? Hallo, Karol? Hallo? Ja, wo ist Karol? Ich habe mit Karol gesprochen. Jetzt. Hallo? Was? Ich habe dich verarscht. Sie haben was? Ich habe dich verarscht. So, ich habe mit, äh, ja, mit, äh, mit, äh, Karl gesprochen, auf unserer Plattform. Oh. Ja, er hat, er hat die, äh, Konto, ja, bezahlt, auf dieser Account zu aktivieren. Und jetzt, und jetzt benutzen wir auch, äh, Konfirmation, äh, so. Ja, Sie hören wir? So, jetzt benutzen wir die Konfirmation, ja, äh, die, dieser, äh, Persönlichkeit, ja. Das ist die Person, zu der ich gesprochen habe. Was kann ich da denn werden? Entschuldigung. Wer reich kann ich da denn werden? Wer spricht jetzt? Ich verstehe nicht. Reicht wer nicht? Wer spricht jetzt? Ich will mit Karl Zoffel sprechen. Ja. So, was? Ja. Wer sind Sie? Wer ist Karl? Ich stelle durch. So, okay. Ja, guten Tag. Ja, ja, Karl. Ja. Na, wer spricht mit mir jetzt? Alexa habe ich mit Ihnen sprechen lassen. Ah, so, Sie haben ein Spickglas? Was? Sie haben für mich ein Spickglas? Eine was? Anspickglas. Ein Ansteckglas? Ja, Sie haben das gelassen für mich. Verstehen Sie, für welche Persönlichkeit? Ja, Sie werden Sie sich mal vor, Sie haben in eine Tüte gekackert. Ja, also so in eine Tüte, so richtig flüssig. Jetzt machen Sie oben auf. Und dann hauen Sie da mal mit der flachen Hand rein. So, ich verstehe, was? Das habe ich mir gedacht, dass du das verstanden hast. So, zum Beispiel. Was denn? So, wir haben keine Konfirmation der Bezahlung. Ja, doch, doch. Das kann man so machen mit der Bezahlung. So, Sie haben gemacht, Sie haben gemacht das. Ich beam das rüber, Scotty. Sie beam was? Was? Sie sind was? Nee, ich beam das rüber. Warum? Na, weil Sie wollen doch das haben, oder nicht? Ich habe keine Konfirmation der Bezahlung auf meine E-Mail. Also, Sie wollen jetzt das Geld nicht. Was? Soll ich jetzt nicht überweisen? Warum? Da weiß ich ja nicht. Sie wollen es doch nicht, oder doch? Sie wollen, was wollen wir? Na, wollen Sie jetzt das Geld, oder nicht? Ja, ja, ich will. Ja, ja. Da müssen Sie aber höflich bitte, bitte sagen. Können Sie wiederholen? Da müssen Sie aber höflich bitte, bitte sagen. Bitte, ja, aber wir haben, ja, aber wir haben keine Konfirmation für die Bezahlung auf unsere E-Mails. Wir haben keine. Warum das nicht? Und wo haben Sie geschickt? Wo haben Sie das? Was meinen Sie jetzt? So, Sie haben eine Bezahlung für uns geschickt, oder nein? Habe ich mit der Brieftaube fertig gemacht, ja. Das sollte denn zu den nächsten 50 Jahren ankommen. Mit dem Hubschrauber. So. Wird oben rausgeschmissen einfach denn. Oder wie meinen Sie das jetzt genau? Äh, so. Das muss ich ja nicht sehen richtig, wissen Sie? Ich warte, ich warte, ich warte, so. Sie haben gesagt, dass Sie diese Bezahlung für unsere Plattform haben können, ja? Können. Und, äh, wenn wir die Prüfung, wenn wir die E-Mail geprüft, ja? Wir sehen, dass wir keine Bezahlung auf unsere E-Mail haben. Warum nicht? Äh, das, an welche E-Mail haben Sie das geschickt? Du bist eine Betrügerin und ich habe deine Zeit gestohlen. Hallo. Hallo. Du bist eine Betrügerin und ich habe deine Zeit gestohlen. Hallo. Junge Dame. Ja. Ja, 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 hallo. Ja, ja, ja. Ja. Und welche E-Mail haben Sie diese Bezahlung geschickt? An, an, äh, hier von Swiss Pro hat mich jetzt hier einer angeschrieben, ein, ein Karl. Ah, und, äh. Karl von Swiss Pro. Zresel. Aha, ja, aber, aber. Sie haben das, ja, ja, aber, aber haben Sie gezahlt, haben Sie gezahlt, bezahlt das? Ja, ja. Natürlich. Ja, und an welche E-Mail haben Sie geschickt? Auf Teresi? Nee. Nee? Nee. Auf welche E-Mail? Da muss ich mal gucken, warten Sie. Muss ich was machen? So, habe ich geschickt an, Moment, ach, das sieht man hier wieder nicht, Moment, Details. Tja, also ich glaube, hier in diesem Callcenter ist das so, ihr habt es ja sicherlich schon hier öfters mal rausgehört, dass hier von Super Mario so ein Geräusch kommt im Hintergrund und die dann auch so ein bisschen jubeln. Ich glaube, das mit dem Geburtstag ganz am Anfang des Gesprächs wird tatsächlich nicht gelogen in dem Fall hier mit dem Geklatsche. Aber, naja, hier haben Sie wohl noch einen neuen Ton, also den Ton des Gewinns. Mit Super Mario, groß geworden quasi. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das wohl damit zu tun hat. Hm, ich weiß mal nicht. Es ist auf jeden Fall absolut unterirdisch. Das Gespräch zieht sich wie ein Kaugummi. Unsere nette Blitzbirne kriegt nicht mehr mit, dass er sich hier mit der Sprachkugel Alexa unterhält. Und, ja, ich weiß nicht. Also, es ist einfach nur noch irgendwie verwirrend. Tja, und der Witz ist, ich habe ja nun schon mehrfach Betrüger erwähnen lassen in diesem Fall. Ich habe es ja nicht selbst gesagt, aber sie macht trotzdem einfach weiter. Also, ich weiß nicht, kriegt die das nicht mit? Hört die das nicht? Aber sie antwortet ja drauf. Warum antwortet sie denn auf Sachen, die sie nicht verstanden hat und macht einfach weiter im Programm? Es ist einfach nur noch verwirrend. Ich verstehe es nicht. Es ist wirklich absolut Wahnsinn, wie man so in so einem Callcenter arbeiten kann. Der Krach ist einfach immer noch absolut des Todes. Es hört gar nicht auf. Es wird eher lauter als leiser. Ja, naja, zumindest ist sie halbwegs zu verstehen. Aber, naja, auf ihrem komischen Kakerlaken-Deutsch. Ich weiß nicht. Das, was auf dem Zettel steht, das kann sie. Aber links und rechts irgendwie mal eine anständige Beratung führen, funktioniert nicht. Hauptsache, sie kriegt das Geld. Ich meine, sie hat ja auch gesagt, ja, na klar, das Geld möchte sie noch haben. Ist ja logisch, wenn man sich hier zwei Stunden oder über zwei Stunden fürs Telefongespräch Zeit lässt, dass man denn da schon irgendwie wenigstens die Lorbeeren einheimsen möchte. Aber, naja, wenn seriös, da sind wir nun wirklich ganz, ganz, ganz weit von weg. Aber besser wird es hier tatsächlich nicht mehr. Das ist doch hier alles Kacke. So, das habe ich geschickt an... An welcher E-Mail? An robert.habeck.swisspro.net Aber wir haben, äh, robot, 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 hat mir geschrieben, von Swisspro, ja. Robot, 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 habeck, von Swisspro, ja. Oh, so, das ist, mh, so. Können Sie das auf meine E-Mail, auf erste E-Mail, die HolyD, ja, geschicken, die erste, dass Sie erst mal geschickt haben? Also soll ich Ihnen antworten auf Ihre E-Mail-Adresse? Aber HolyD at Swisspro.net, auf diese E-Mail, schicken Sie das. Warten Sie, da muss ich bekopft. Aber Sie sind sich da sicher, ja? Ja, ich sehe, ich bin so sicher, das ist meine E-Mail, ja, oder auf Therese, oder auf Therese at Swisspro.net, ja. Ja, 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 ja. Auf Therese haben Sie geschickt? Nee. Auf, auf Holiday, ja? Ja, ja, bei HolidayCheck. Holiday is this pro. Nee, HolidayCheck. Welche? Bei HolidayCheck. HolidayCheck 98. Hat sie geschrieben. Die schreiben, äh, die Butter ist alle. Können Sie, äh, können Sie, äh, wir sehen das nicht, können Sie, können Sie auf die E-Mail Hohle D at Swisspro.net, äh, geschicken? Ja, das kann ich machen, aber natürlich, mein Schatz. Okay. Ja. Sie haben das geschickt? Ich bin noch dabei, ich muss mir gerade was Schönes ausdenken. Verstehe ich Sie nicht. Okay. So, Moment. Mhm. So. Hab ich gesendet. Noch nicht. Noch, hab ich gemacht. Bei Paulana aus dem... Holiday, ja? Holiday, wie ist das? Ja, 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 ja. So, ich habe keine. Warum? So, ich nochmal? So. Und können Sie auf, können Sie auf Teresa, Teresa, Teresa hier? Also, manchmal, ist ja, wenn da mal die Butter ausgelaufen ist, wissen Sie, wie das aussieht? Welche, wann laufen? Die Butter. Nein, das ist nicht, das ist nicht ihr. Nein. So, wir haben zwei, wir haben eine, ja, E-Mail, die Teresa hier. Haben Sie jetzt alles bekommen? Ah, yes, yes. Ja. Ja, 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 ja. Aber, aber wir haben, können Sie, können Sie die Foto? Die Foto. Hab ich weitergeleitet, die Foto? Hört mal mit, damit man hier wegen Bob der Baumeister? Vielleicht können Sie mit einem Handy das machen, ja, das Foto machen. Das heißt, Sie haben, wie, oder mit Scan, ja, mit PDF-File das senden, auf Teresa, ja. Das heißt, wir sehen nur eine unbewohnte, ja, Dokumente, nur die Ziffer, und das ist nicht normal, ja, Inhalt. Also, senden Sie, 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 senden Sie mit der Hilfe des PDF, ja, diese Bezahlung. Ja, ja. Also, ich hab noch mal alles fertig gemacht, ja, oft. Ah, ich, nein. Ja, doch. Jetzt? Ja, 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 ja. Ah, so, das ist, äh, kann ich, wir, wir, zurück, das senden, ja, dass Sie können sehen, so, Notizen, ja, das Sie gehabt. Das ist nicht normal, wir haben, wir sehen nur die Ziffer, ja, wir sehen nur die Ziffer, ja, und das ist wie HTML. Also, Sie haben jetzt das Flugzeug bekommen, ja? Das ist, nein, das Check haben wir nicht auf Teresa bekommen. Ist nicht da. Und wo ist die Check? Was? Und wo ist die Check der Bezahlung? Na, ich hab das in die E-Mail gemacht jetzt. Ich hab das hier in einen virtuellen Umschlag gepackt und weggeschickt. Aber, das ist wie ein HTML-File. Ja. Ja. Aber, wir benutzen die Bezahlung, ja, dass Sie nicht dabei haben. Wenn Sie bezahlen etwas, die Foto, ja, oder die Scan. Wenn nicht, dann fangen wir einfach nochmal von ganz vorne an. Aber, Sie, was sehen Sie, wir sehen, wie, so, wie, nicht eine Bezahlung, ja, wenn Sie etwas kaufen, ja, wenn wir etwas bezahlen, haben Sie Check, ja. Und wir sehen, wie ein Dokument, ein HTML, die Coding, Entschuldigung, ja, das ist Foto. Können Sie Foto machen? Foto? Foto, ja, Foto, das Check. Wir können ja nur Foto machen, ja. Okay, Scan, ein PDF-File, ein Scan. Ein Scan? Ja. Oh. Ja, oder PDF-File. Ja, ja. Also, dann gucke ich da jetzt nochmal, wie das mit dem, Sie sagten, mit dem Schmetterling, ja? Äh, ja, das ist nicht normal jetzt. Ich warte. Ja? Nicht noch. Naja. Aber wie lange dauert es sonst so? Entschuldigung. Und wie lange dauert es sonst so? Wie lange arbeite ich, ja? Ja, meinetwegen auch das. Ich habe immer noch die Zeit ein bisschen rumgeklatscht. So. Sie, äh, verstehen, wie sieht, äh, die, ja, die Recipe, ja, wie sieht, äh, die Check, wenn Sie bezahlen etwas? Wie lange telefonieren wir jetzt eigentlich schon? Englisch? Nee, wie lange wir schon telefonieren? Aber, äh, das ist nicht so wichtig. Ja, äh, müssen, ja... Ja, aber es interessiert mich mal, sehen Sie auf Ihrem Display, wie lange die Verbindung schon steht? Ich kann mit Ihnen bis, äh, vier Uhr, ja, bis fünf, ja, äh, telefonieren. Das ist kein Problem. Ja, das ist... Nee, die Frage war, wie lange wir jetzt schon telefonieren? Äh, so, ich weiß es nicht. Vielleicht eine Uhr, vielleicht mehr. Eine was? Ja, vielleicht mehr, wie eine Uhr, eine Uhr, vielleicht. Eine Uhr, aha. Vielleicht. So. Verstehen Sie, dass Sie diese Check, ja, für die Bezahlung haben? Müssen, ja, für das Eibon, wenn Sie etwas bezahlen, haben Sie Check. Verstehen Sie, was... Ja, um das geht. Ja, um das geht. Ja, um das geht. Sie müssen die Foto, dieses Dokument, für diese E-Mail, Therese, je, at SwissFro, net, senden. Ja, nicht HTML-File, nicht das. Aber physische, ja, physische. Ja, ja. Ja, ja. Kannst Sie jetzt das machen? Was denn? Können Sie jetzt machen das, senden auf die E-Mail-Sendung? Ja, 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 klar, natürlich. Okay, ich warte. Ja. Foto, Foto, oder Scan, der Physiker-Check, dass diese Bezahlung, dass die, die hat? Ja, 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 ja. Ein halter Arbeitstagbar. Was? Welche E-Mail? Was? Therese hier? Das ist die Lenz. Ja. Therese hier, Therese da, Therese überall. Ja, Physiker-Kopien. Physiker. Ja, Physiker, dass sie in der Hande halten. Sie können in den Händen halten und sehen, die PDF-File oder die Foto. In den Händen halten? Und das müssen Sie auf mich verschicken. Verschicken? Ja, auf diese E-Mail, auf diese E-Mail. Nicht die Stimme fallen, nicht das. Ja, ja. Physiker Kopien oder PDF-File. PDF-File? Ja, ja. Diese Bezahlung, Ihre Bezahlung. Ja. Wir haben noch keine. Bin ich gerade dabei. Entschuldigung. Ich bin gleich fertig. Ich höre ich schlecht. Ich sage, es ist gleich fertig. Komm mal ab, bitte. Nein noch. Auf theresee. theresee. At Fisto.net Ja, Moment. Ich habe hier ein schwieriges Problem. Welche Probleme? Ich habe es abgelegt, das weg. Ah, so wie wir Foto machen, ja? Ja, ja, Moment. Ah, okay. Okay. Ich muss, um den Knopf zu treffen auf meinem Telefon, muss jemand festhalten. Ah, ja, ich warte. Ich warte, ja. Ich warte. Ich muss da immer einen Finger aus dem Fenster halten, damit das Foto was wirkt. Wegen die Stimmung. Sie machen das ganz prima. Sorry, Entschuldigung? Sie machen das ganz prima. Sie haben das was? Ja, schon gut. War nicht wichtig. Okay. Ja. Hatte jetzt keine höhere Transparenz. Oder Tendenz, oder wie man das auch immer so fachlich richtig ausschwafelt. Ja, das ist das Foto. Können Sie auf mich schicken? Auf uns schicken? Auf diese theresee. Ah, theresee. At Swissbornest. Was? Können Sie jetzt diese Dokumente schicken? Diese, ja? Da bin ich dabei. Es ist schon fast warm. Entschuldigung? Es ist warm. Auf theresee. At Swissbornest. Die letzte E-Mail. Therese. Richtig. The Therese. The Therese. Ja. The Therese haben wir seit über eine Stunde am Telefon. Ne, ach sicher schon zwei. Zwei Stunden haben wir schon rum. Das ist 119 Minuten. Sind nach meiner fachkompetenten Rechnung 60 Sekunden weniger als zwei Stunden. Äh, diese Zeit, äh, Sie haben gesagt, was? Na, wir telefonieren schon. 120 Minuten. Ah, Entschuldigung. So, welche Zeit kann ich lösen? Ne, ich hab sie doch am Telefon. Ich hab nur zusammengefasst, wie lange ich sie schon am Telefon halte. Äh, vielleicht eine Uhr oder eine Uhr und mehr. Ne, zwei Uhr. Ja, das, äh, das ist meine Arbeit. Das ist nicht so. Ja. Aber? Das ist normal. Das ist normal. Wir müssen das haben. Wir müssen das beenden. Telefonieren Sie immer zwei Stunden? Ja, kann ich das machen, wenn es, äh, notwendig für die Arbeit. Oho. Ja. Wir haben uns ja eigentlich nur zwei Stunden privat unterhalten. Äh, ich mag meine Arbeit. So, beenden wir mit dieser Bezahlung, ja? Ja, ja, ich bezahle das gleich. Mhm. Okay. Party. Ja, ich auch. Also Sie machen das prima. Mhm. Ja. Aber ich krieg recht Besuch, ja, nach zwei Stunden. Da hat ja noch keine Sauer mit gerechnet. Entschuldigung. Mhm. Ja. Gutes Essen. Ja, ich hab den Mund voll. Entschuldigung. Ja, ihr habt den Mund voll. Haben Ihr... So. Sie haben das Foto gemacht. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. Ja, aber ich sehe keine E-Mail mit diesem Foto. Warum nicht? Aber Sie haben geschickt? Ja. Jetzt, ja? Ja. Ja. Okay, warte. Habe ich keine... Auf Therese... Ah, auf Therese hier. Ja. Auf Therese hier. Sie haben das geschickt? Ja. Hm. Ich sehe nicht diese Foto. Also, ich hab's ein paar Mal geschickt. Zweimal geschickt. Ja, oder fünfmal. Für sich nicht geschickt. Was? Wie? Es ist hier nicht? Doch. Ja? Oder nicht? Ja. Sie haben die E-Mail, dass es ist hier nicht? Was? Doch. Oh. So. Sie haben jetzt geschickt diese... Diese, ähm... Diese Check, ja? Die Foto. Oder nicht? Ja, ja, klar. Natürlich. Wollten Sie doch haben. Und das hätte ich Ihnen so getan, als hätte ich Ihnen das geschickt. Auf Therese hier sprach. Ja, ja. Ja? Sie hat dann Müllchen geschickt, ja. Spam. Hm. Aber ich habe... Vielleicht ist es in Ihrem Spam-Ordner. Hm. Ja, ich wüsste aber... Ja. Moment. Moment mal. Was ist das Zechnik heute? Äh... Wir haben keine im Spam. Beim Spam haben Sie jetzt keine? Hier. Überall haben wir keine E-Mails von dieser, von dieser, von Ihnen. Das ist nicht, nicht im Spam, das ist nicht... Hm. Und können Sie auch auf, äh, diese... So, Theresa. Und welcher Titel hat diese, diese E-Mail? Welcher Titel? Welcher Name? Na, also Sie meinen jetzt die E-Mail mit dem, äh, mit dem... Ja. 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 Da, er hat, äh, RE Swiss Pro. Also, die Titel, ja? Ja, den Titel, ja. Hm. Martin Pankrack? Ja. Ja. Ah, so, Entschuldigung. Und warum, fuck off? Was? Warum, fuck off, Entschuldigung? Hä? Ne, das habe ich nicht geschrieben. Sind Sie sicher? Ja. Das haben Sie geschrieben. Okay, ja, so, Martin Pankrack, ja? Ne, das bin ich ja nicht. Das wäre anders. Das ist ein anderer Mann. Hm. So. Hallo. Hallo. Einen schönen Kunden. Oh. Entschuldigung, dass ich jetzt eine E-Mail von einem anderen Kunden vorgelesen habe. Fuck off stand da drin. Also, ich war's nicht. Irgendein Martin Pankrock. Hm. Weiß ich jetzt nicht, wie das jetzt genau ist. Aber, hm, könnte jetzt tatsächlich sogar ein echter Name sein. Aber tatsächlich, Wahnsinn. Also, da liest die mir jetzt vor, was in anderen E-Mails drinsteht von fremden Kunden. Schon irgendwie, weiß ich nicht, was ich davon jetzt schon wieder halten soll. Naja. Also, dass die Firmen absolut nicht datenschutzkonform arbeiten, ist ja, glaube ich, auch so schon ohnehin klar. Aber, dass die mir jetzt hier tatsächlich fremde E-Mails vorliest, ist schon der Kracher. Tja. Und besonders der Inhalt. Fuck off, hat sie mir ja vorgelesen. Ja. Also, da werde ich wohl nicht der Einzigste sein, der die entweder an der Nase rumführt oder sauer ist, dass die anrufen. Kann ich mir jetzt den Zusammenhang nicht wirklich zusammenreimen, äh, warum der andere, äh, wahrscheinlich echte Kunde, Fuck off reingeschrieben hat. Aber, hm. So ist es halt. Apple. Äh. 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 Aber das ist, das ist keine, das ist keine Bezahlung. Entschuldigung. Das ist die linke. Äh. Dass ich deine Zeit verschwendet bin. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Geh vernünftig arbeiten. Hallo. Ja. Guten Tag, junge Frau. Ich möchte Ihnen freudig mithalten. Und dann gab es ja an der Stelle tatsächlich leider einen Ausfall. Äh. Da ist ein Tonausfall drin. Ich weiß nicht warum, wieso, weshalb. Eigentlich, äh, hat alles gestanden. Die Leitung lief. Ich hab sie sicherlich auch gehört. Sonst hätte ich ja Hallo gerufen. Auf jeden Fall irgendwie komisch. Da war die Leitung kurz weg. Und ich war selbst nicht zu hören. Und wie ihr ja wisst, wird ja direkt bei mir in der Leitung aufgezeichnet. Ich nutze da kein Gerät für. Ähm. Also sobald das Telefon klingelt und da jemand, ähm, bei mir anruft, wird automatisch, ne. Also soweit ich abnehme, wird innerhalb der Telefonleitung schon aufgezeichnet. Da muss wohl irgendwo ein kleiner Pups in der Leitung quergehangen haben. Ich weiß es nicht. Ja. Hallo Karl. Hallo Karl. Ja. Äh. Wir sehen nichts. Dieser Link ist wie, äh, schöne Texte. Ja. Ich weiß nicht, dass du eine Zeit verschwendet habe. Ich weiß, dass du Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Das ist eine Tat, junge Frau. Ich möchte ihnen freudig mitteilen, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich weiß nicht, dass du Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Und du kriminell arbeitest. Ich kriminell arbeitest. Und du kriminell arbeitest. Und du kriminell arbeitest. Hallo. Hallo. Ja. Ja. So. So. Sie haben geschickt etwas, nicht normal. Sie haben diese Texte, die Pfeile, die HTML, aber wir haben keine Foto der Bezahlung. Ich möchte Ihnen freudig mitteilen, dass ich deine Zeit verschwendet habe. Ich weiß, dass du ein Betrüger bist und dass du kriminell arbeitest. Geh von dich arbeiten. Ja? Ja, Sie haben das geschickt. Wir sehen nur einen Text mit dem HTML. So unintelligent kann man doch eigentlich auch nicht sein, oder? Was? Ich sage so unintelligent. Geht doch schon nicht mehr. Sie müssen eine Foto der Bezahlung zunächst senden. Eine Foto. Ja. Und wir haben keine Foto. Oh, das ist aber schade. Aber geben Sie eine Person, die Ihnen helfen kann. Was? Haben Sie eine Person, die Ihnen helfen kann? Ja. Kann sie helfen und zu Ihnen jetzt kommen? Guttrünkel. Hallo? Guttrünkel. Ja. Wer ist das? Wer ist das? Wer, äh, so, das ist Ihre Frau oder wer? Was? So, diese Person, die Sie hilft. Hallo? Guttrünkel. Karl? Verstehen Sie diese... Ja? Verstehen Sie, was er für Ihnen, ja, warte? Ich warte diese Bezahlung. Diese Bezahlung müssen Sie wie ein Foto, ja? Ja. Senden. Zum Beispiel. Hallo? Ja, ja, ja. 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 Äh, verstehen Sie, wie sieht aus ein... Betrüger. 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 Hallo? Ja. Verstehen Sie, wie... Verstehen Sie, wie... Verstehen Sie das da immer am Telefon? Kennen Sie die Frau? Was Telefon machen? Na, wer ist denn die Frau da im Telefon, die andere? Nein, ich bin dasselbe. Ich bin dasselbe Hollywein, dass wir mit Ihnen gesprochen. Ja, aber da war doch eine Frau gerade dran, eine andere. Äh, deshalb, ja, benutzen, ja, spezielles, spezielles System, dass Sie automatisch, ja, automatisch, äh, rufen an, und Sie sparen kein Geld für diese, für diese Anrufe. Ja. So. Verstehen Sie, wie sieht aus eine Bezahlung, wenn Sie für Gas bezahlen oder für etwas? Wir check, ja? Wir check, wenn Sie Transaktion haben, wir sehen diese Check, ja? Ja. Richtig? Richtig. So. Dasselbe Check benutzen wir jetzt auf Ihrer E-Mail. Am Sie, Therese, hier? Wer bist du? Ich sprach rum. Wer bist du? Hallo? Ja? Können Sie das, diese Check, diese Bezahlung, wer bist du? auf diese E-Mail senden? Was denn? Wie meinen Sie das jetzt genau? Entschuldigung? Ja? Äh, können Sie wiederholen? Was denn? Die letzte Phrase, die letzte Sätze. So, Sie haben ein Foto, dieser Check. Sie haben... Wie kann ich dir denn behilflich sein? Wie kann ich dir denn behilflich sein? ... Maria? Hallo? 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 Kann? Hallo? Wow. Ja, Wahnsinn. Also, da hat sie sich tatsächlich so ein bisschen mit unserer kleinen Sprachkugel, mit dem Echo, unterhalten. Tja, sie hat es nicht gemerkt. Und sie war aber spürbar verwirrt. Zum Schluss hat auch irgendjemand da an der Leitung geflüstert. Weiß ich nicht. Ihr könnt ja nochmal gerne zurückspulen und vielleicht hört ja einer was raus. Aber bei uns war das Flüstern hier tatsächlich nicht. Also, hier bei mir nicht. Es war definitiv von der Betrügerin. Also, von der Betrugsseite aus. Und dann hat man ja da noch irgendjemanden erzählen hören. Wahrscheinlich hat dir irgendjemand gesagt, lass das Gespräch jetzt. Das bringt ja nichts. Die verarschen dich. Aber ich habe es ja auch gesagt. Also, zumindest unsere Sprachtante hat es ja gesagt. Dass ich sich für eine Betrügerin halte. Aber sie hat einfach knallhart durchgezogen. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden hat. Vielleicht schon und sie hat einfach nur weitergemacht und so getan, als kriegt sie es nicht mit. Oder hat es für eine Störung im System gehalten. Ja, ich weiß es nicht. Einfach nur der absolute Kracher. Über zwei Stunden Telefonat mit der Betrügerlady in der Leitung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Es war jetzt hier tatsächlich schon das 500. Video auf dem Kanal. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht und wie viele Videos wir hier schon zusammen gepuzzelt haben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl. Wir haben übrigens auch noch in der Vergangenheit ein 3-Stunden-Telefonat gehabt. Könnt ihr ja gerne mal raussuchen, wenn ihr mögt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.